Unser lieber Jörg Rupp und er wurde erkannt und das mehrfach. Er wurde fotografiert und aufgenommen. Und er schreibt bei Facebook, er ist bei keiner Aktion dabei. Lüge da! Lüge da! Lüge da! Und wisst ihr was das Schöne ist? Er postet einen Antifa-Ausweis. Das zeigt er, dass er dabei ist und mit dazu gehört. Ja, er hat den Ausweis gezeigt. Er hat diese Woche bei Facebook einen schönen Antifa-Ausweis präsentiert. Das er jetzt Geld kassiert, für das, was auf den Demos präsent ist. Lüge da!